hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von my time at porsche ja ja wir können uns mal kurz natürlich mit ihr unterhalten wir beide sollten davonlaufen zusammen tolle abenteuer erleben okay alles klar ich gehe zur arbeit aus ist eine gute idee so und dann gibt es natürlich noch ein küsschen bisschen unterhalten kann ja auch nicht schaden wenn man sich mit seiner liebsten unterhält so dann gucken wir mal weiter ich glaube wir können jetzt die bäume ernten wenn ich das richtig weiß wo wir haben post so von der handelsgilde wir haben gestern bei der inspektion auf der produkte hervorragende arbeit geleistet nehmen wir mit fossilien nachbildung ok dauert immer noch sechs tage ok das schaut schon mal gut aus wir können hier mal den dünger holen neuen machen können wir nicht aber wir können auftanken mehr kupferbarren machen nein wir haben kein kupfererz tanken wir auch gerade noch mal auf sand haben wir da können wir mal glas fertigen machen wir noch mal ein paar steinziegel können wir zur not immer noch verkaufen carbon stahlbachen können wir wieder machen sehr gut haben wir kein kupfererz gekriegt die können wir ernten sehr gut so müssen wir gleich neue ansehen stoff da wollte ich überhaupt nicht hin sagt gut natürlich genau pigmente vielleicht sollte ich dir unten hinpacken so 5 sehen 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 so das hätten wir nein nicht von stücke sagt gut pack mal wieder zurück jetzt muss ich gerade mal schauen rohstoff haben wir einiges holz das passt da nicht rein das gehört da auch nicht rein von dem her ist das völlig ok eisenerz das holz holz gehört da eigentlich nicht hin ein einziges eisenerz das ist nicht viel um nicht zu sagen das ist ausgesprochen wenig ich kann mal zusammen packen dann passt vielleicht doch unser holz da noch rein so das erz zack 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 ok was ist das wunderlampe allerlei da haben wir die federn mit drin so wo war denn der honig oder haben wir nochmal rohstoff sehe ich gerade das habe ich übersehen und stücke die lampe eulen urteil drei da haben aber zwei von das ist eulen urteil zwei spreche anlage teil eins spreche anlage teil zwei das können wir zumindest mal so zusammen sortieren denken der dose denkmalmodell teil eins teil zwei haben wir auch noch so dass wir jetzt zumindest mal ein bisschen komisches glasgefäß ok so von der soldat mit zepter die hatten wir doch hier soldaten soldaten zepter teil eins teil vier sehr gut wunderlampe teil zwei eulen urteil vier haben auch eulen urteil eins das sieht schlecht aus gut haben wir da noch irgendwas wunderlampe teil eins wunderlampe teil zwei so ja das muss ich noch ein bisschen besser sortieren da haben wir auch nochmal eine wunderlampe das fossil können wir hier unterbringen zähne hatten wir doch auch noch genau flügel hatten wir das ist wolle schaltkreise haben wir die auch hier aber motoren hatten wir doch schmieröl motoren hatten wir doch noch welche gefunden old parts die gehören auch dahin da ist einer leistungszentrum modell packen wir auch mal da rein ich habe doch noch keine ahnung für was das ist aber galoppierendes pferd müssen wir auch nochmal da brauchen wir noch mehr so kisten eindeutig schaltkreise haben wir hier die haben wir auch hier brillengläser haben wir nicht hier die ist vielleicht ein allerlei eins das jawohl da haben wir die gläser stoffmaterialien da können wir die sachen unterbringen die gehören da auf jeden fall rein so wurden dingen da haben wir die noch und den honig ähm den honig auch so die würmer waren hier oben beim Saatgut mit dabei der Dünger auch passt die war aber Dinger die weiß ich gerade nicht wo die sind da waren sie mit dabei gut ähm wo haben wir diese komischen Teile hier da sehr gut haben wir auch versorgt da haben wir die auch einfach reicht brauchen wir keine zwei dafür ne so ähm jetzt können wir mal gucken jetzt müssten wir die Pigmente hier machen können sechs stück sehr schön wir brauchen noch mehr Salpeter so ok da haben wir ja unser Bäumchen hier das braucht nur leider noch sechs Tage das können wir nochmal düngen so fünf Dünger dass wir das auch schön mit Dünger alles versorgt haben ne können wir auch nochmal nachladen die brauchen ganz schön Dünger anwenden hallo geht nicht geht nicht gut wenn der sagt geht nicht dann geht das halt nicht so drei Dünger haben wir noch die können wir aber behalten werden wir aber Zeiten wieder brauchen und dann gehen wir mal gerade bei der Handelsgilde vorbei und dann können wir noch ein bisschen Kupfer farmen oh da ist noch Kräuter die brauchen wir falls wir nochmal wieder in irgend so ein bisschen auch die vierte Stufe von dem Dings da machen ne fällt mir da gerade so nebenbei ein aber jetzt gucken wir erstmal hier machen wir die Inspektion so was haben wir denn da das taugt schon mal gar nix und das auch nicht so da ist Dreck das taugt nix das hier unten ist auch falsch das ist ja Murks und das auch ne das ist Murks was haben wir denn noch so hätten wir auch erledigt dann würde ich hier gerade an der Seite mal die ganzen Steine da farmen Holz kann man natürlich auch mitnehmen und da haben wir auch einiges an Kupfer drin dass wir da auch wieder was kriegen da brauchen wir nicht extra in die Mine die nur unnötig Geld kostet und dadurch kriegen wir ja auch einiges zack zack nehmen wir die auch gerade mit und dadurch kriegen wir auch noch schön Blutsteine und so Sachen ist ja auch kein Fehler dann können wir mal gucken mal wieder Kristall kriegen ne fällt mir das ein brauchen wir ja auch zack wenn die schon wieder nachgespawnt sind dann muss man die ja auch mitnehmen die nehmen wir mit die nehmen wir mit so an die nächsten was ist denn es dauert auch noch nicht so lange wie in den Minen da haben wir uns ja letztes Mal ziemlich lange drin aufgehalten ich weiß übrigens immer noch nicht wo der Besen herkommt aber falls es jemand in die Kommentare geschrieben hat ich habe das alles hier am Samstag aufgenommen also in einem Rutsch für die ganze Woche deswegen kann ich es noch nicht gelesen haben also entschuldigt bitte wenn ich da noch nicht drauf reagiert habe inspektion der Handelsgilde ist vorbei ja schauen morgen in die Post das machen wir jetzt mal noch ein paar Sachen kriegen so den haben wir noch und dann haben wir sie glaube ich alle dann können wir noch mal kurz ach wir können nach den Pigmenten gucken ich weiß gar nicht wie lange die brauchen vielleicht können wir das Ding dann auch schon aufstellen das komische Banner da falls wir genug Pigment haben das ist natürlich immer noch die Voraussetzung so jetzt haben wir einiges an Kupfer dazu gekriegt dass wir da auch wieder ein wenig was tun können ach da haben wir ja auch noch zwei Steine so was sagen unsere Pigmente abgeschlossen 6 von 6 sehr gut können wir das Banner machen wo ist es überhaupt Banner da sehr gut können wir dann werden wir das doch gleich mal aufstellen und ich wollte nochmal nochmal Lama zählen das müssen wir jetzt auch mal angehen jawoll und Kristalle sind auch da sehr schön können wir die auch noch farmen das Harz nehmen wir gerade mal mit warte mal haben das haben wir die können wir ja auch gerade mitmachen kriegen wir nämlich noch ein bisschen da hoch müssen wir so so passt sehr schön den können wir doch auch genau jetzt haben wir schon wieder 18.30 Uhr jetzt haben wir schon wieder 18.30 Uhr jawoll den nehmen wir natürlich auch mit müssen wir jetzt eigentlich mit dem Bürgermeister reden oder mit dem Typ hier das ist hier noch die große Frage das hier kannte ich gar nicht das doch das hat mir glaube ich auch schon mal irgendwann gefarmt ne ok so viel zu mit dem Typ reden der ist weg einfach weg einfach weg dann reden wir da morgen mit hat jetzt natürlich auch Feierabende Dudes und ich muss mal gleich in den in der Mission gucken wo wir denn da eigentlich hin müssen Koriander Koriander da war noch was nochmal Koriander den hier nehmen wir natürlich auch mit alles was geht bisschen Hamstern Stein Sand Zinnerz ok Stein Stein Sand Zinnerz ok The Haunted Cave The Haunted Cave mit Gail müssen wir reden ok ja dafür ist es jetzt natürlich zu spät lassen wir uns kurz nach Hause bringen Schatzi wird auch auf uns warten oh der wächst schneller das merke ich jetzt schon mit dem Dünger das ist ja auch kein Fehler Tanken müssen wir Fertigung abgeschlossen so machen wir mal wieder können wir hier noch wieder was machen Tee ein bisschen auf jeden Fall so wir brauchen noch einen Tag ja gut dann würde ich sagen verziehen wir uns in die Kiste ich sag vielen Dank fürs Zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei ja wenn wir dann den nächsten Tag erleben in diesem Sinne tschüss bis zum nächsten Mal